Ich hab nicht gesehen, dass die Wurzel da nicht weiter geht. Ich hab das Item nur betrachtet. Oh Gott. Help me! Ich würde ja schon gerne einen einhändigen Run machen. Aber bestimmt nett zu sehen. Okay, rufen wir wieder unser Pony. Bin ich eigentlich? Ah, okay. It's the Pony on my way. Okay, get my Pony on the way. We take the Pony in a way. We hold the Pony in a way. Da, da, da. Hallo. Ich muss ja mal vorbei. Haia. Hallo. Hallo. Ich bin nur kurz, äh, Gas. Kurzer Einflug. Kurzer Einflug des Eilflugs. Oh shit. Ow. It hurts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, I did it. No, 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 no. Ja. Nein. Oh Gott. Ich lebe. Ha! Hi. Nein. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ah. My Pony in the ass. Wo sind meine Seelen? In meine Seelen. Hi, lieber nochmal. Ich hab keine Lust zu... Werben! Oh ja. Hoppa. So give me flow. Also ein Sechster haben wir gefunden, aber leider kein... ... ... ... ... ... ... Nein. Komm her. Nein. Ja. I did it. Oh mein Gott. Wow. Ein Dunkelschmiedestein-Sechs. Ich kotze im Dreieck. Ich brauch keinen Dunkelschmiedestein. Wirklich nicht. Das ist halt so dumm. Oh Gott. Das war risky. Warum bin ich hier? Ich lebe! Oh. Wie macht er das? Ich weiß selber nicht, wie ich's tue. Ich bin ein Magiker. Zauberer. Nein, scheiße. Ich bin wieder auf der falschen Wurzel. Egal. We can do this once more. Ja. Easy. Ah, nein. Ja, ja. Warte, 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 warte. Nein. Das ist mein Leben. Okay. Diesmal die richtige Wurzel. Nein. Ich will keinen Pfeil mehr. Ich hab genug Pfeile. We need to go this way. Shit. Shit. Komm nicht raus. Das ist ja noch ein Item. Oha. Wow. Dunkel Schmiedestein 7. Dieses Spiel will mich doch verarschen, oder? Kann man mir jemand erklären, warum hier überall Dunkelschmiedesteine 7 rumliegen und keine Schmiedesteine 7? Vor allem, weil du davon einfach viel mehr brauchst, als von den Dunkelschmiedesteinen. Erklärung. Why? Okay. Das war der falsche Bau. Au. Egal. Au, 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 au. Wir rennen. Wir gehen. Wir gehen zu Schildkröte. Why not? Schildkröte. Ja. Ach, easy. Gar kein Thema. Wir bereisen die Schildkröte. Und lassen sie fallen. Auf dass sie uns Seelen beschert. Gott, das ist, glaube ich, das wohl Schlimmste mit einer Hand. Diese Dinger zu entfernen. Verdammt. Haben wir es da nicht? Wir müssen dich noch ein bisschen sauber machen. So beschissen. Ich kann nicht nach unten spielen. Hit es. Hit es. Oh mein Gott, ich falle. Ich habe es nicht gehittet, aber er ist am Boden. I did it, I think. So ein großes Feuerball, Jumel. Bam. Jesus. Okay. Äh. Die weiß ich, Kana. Was war Radan? Hat Radan mehr gebracht? Glaube ich nicht. Ich glaube, er hier ist einfach der wohl meistverdiente. Ich nehme ihn hier. Ein paar Seelen sind nie verkehrt. Naja, stimmt. Geht ja nicht auf der Schildkröte. So. Okay. Wir haben jetzt noch ein Item, aber ich lasse das, glaube ich, liegen. Mich will jemand scammen. Warum will dich jemand scammen? Warum bist du überhaupt noch da? Ich dachte, du bist im Lurk und Penn. Ich habe dir eine gute Nacht gewünscht, Active. Wenn ich dir eine gute Nacht wünsche, dann schläfst du, Gefährdise. Nein, Spaß. Was ist das Problem, Active? Was ist dein Problem? Tell me. Tell me, warum? Oh, Seelen. Cool. Kann ich hier vorne noch einen? Eventuell. Warum mache ich das überhaupt? I don't know. Makes no sense. Okay, ich sollte gehen. Geh weg. Also wir könnten jetzt den Boss da hinten noch besiegen, wenn ich möchte. Aber möchte ich, das ist die Frage. Mein schwerer ist er nicht, aber Lust hätte ich jetzt nicht unbedingt. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob es mir so viel bringt. Soll man? It's not worth, I think. Okay, wir sind jetzt richtig krass. Wir machen jetzt Banner-Move sogar, weil ich das auch einhändig hinbekomme. Weil ich krass bin. Dann gehen wir mit Frostbite, denke ich. Okay, Boy. Komm her, Boy. Komm her, Boy. Hau dir auf die Schnauzen. Hä? Alter, es tut mir leid. Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Komm, du, Dad. Ja, sehr gut. Sehr gut. Au, war ja. Aber richtig daneben gedodged. Also, weg. I knew it. Kann der überhaupt gefrostbitet werden? Au. Oh mein Gott, wie viel Schaden du auch machst. Kollege. Die Hürden. Oh, what? Shit. Okay, wir haben ihm nicht wirklich viel Schaden mit der Frostfacke gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich ihm Frostbiten kann, tatsächlich. Mir schreibt jemand auf Discord an und meinte, der hätte mich auf Steam gemeldet, weil ich CSGO irgendwas gemacht habe und der sich jetzt um meinen Account sorgt und nicht will, dass ich gebannt werde. Klingt merkwürdig, wenn du mich fragst. Ich glaube, du wolltest gescammt. Ich glaube, du wolltest gescammt. Oh scheiße, das wollte ich nicht. Emotional Damage. Ali, danke für deinen Lurk. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber Active, ich glaube, du wolltest gescammt. Wir haben alle Zeit der Welt. Okay, wir nehmen die Facke und hoffen, dass wir Damage machen. Damage. Aua. Ich will meine Seelen. Ich will meine Seelen. Was ist ein Nazi? Lass mich meine Seelen einsammeln. Ja. Okay, jetzt können wir talken. Walken and talken. Hi. Zu früh. Nein. Oh mein Gott. Ich mache so einen Scheiß gerade. Der Wahnsinn. Ich dodge immer zu spät. Was ist denn los mit mir? Könnte ich mal aufhören, so scheiße zu dodgen. Das wäre echt geil. Okay. Okay. Ich dodge wie ein Lappen. Es ist so kacke. Ich dodge schon wieder nicht mehr den Kack. Einiger Bambone. Ei, ei, ei. Oh, oh. Ähm. Okay. Ich glaube, das war nicht klug. Vor allem, weil ich keine Eino mehr habe. Äh. Oha. Sind wir da? Hast du mich vermisst? Wo ist er? Hä? Wo ist er? Ich meine, wenn er nicht da ist, ist mir das eigentlich ein Wumpe. Ich nehme seinen Loot gerne mit. Deswegen war ich eigentlich hier. Wenn er weg ist, ist er weg. I take that. Auf da rein zu beißen, du Eule. Danke für die Rüstung. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Ich habe deine Rüstung. Was sagst du dazu? Oh Gott, das war so klar, dass ich den jetzt verfehle. Ich will das schieben hier. Das denke ich. Oh, nee. Ich könnte ein bisschen Uri-Service haben. Weil Uri liegt hier genau neben dem Handtuch. Ja. Noch mehr schmusen. Noch mehr streicheln. Nee, noch nicht. Guck dir mal das Bild an, was ich dir über Discord geschickt habe. Sowas würde ich im Steam-Typen niemals schreiben. Ich gucke. Uri ist dagegen, dass ich gucke. Die beißt mich gleich wieder. Alles gut. Ich kann das nicht lesen. Wie zu klein, aber... Ja, es sieht sehr fake aus. Wie hier? So viel Musi-Wusin. So. Ja, also... Weiß nicht. Sieht verdächtig aus. Ich glaube, du wurdest gescammed. Scheiße. Schon wieder falschen Potion. Äh, schon wieder nicht ab Verkauf, meine ich. Mist. Sondern mich. Okay, wir töten den Knight, denke ich, nicht. Weil ich einfach gerade nicht mit einer Hand da reinkomme. Lohnt sich auch nicht. Das Einzige, was ich kriege, ist seine Kack-Waffe und ein paar Seelen. Er bringt es halt auch nicht. Jetzt nicht die Welt. Und alles, was er bewacht hatte, habe ich ja jetzt schon. Ich habe also schon gewonnen. Ich muss nur meine Seelen holen und abhauen. Aha. Here we go. Hey, auch da reinzubeißen. Tschüssi. Wir gehen. Schlauer. Das lohnt sich nicht. Er ist nicht unser... Prio-Ziel. Vor allen Dingen habe ich eigentlich nicht wirklich los, mit einer Fackel weiter einhändig zu spielen. Also, wenn ich einhändig mache, dann will ich auch eine Waffe. Aber mit der Fackel ist das halt echt anstrengend. Super anstrengend. Super anstrengend. Prio, auf da reinzubeißen. Prio, auf da reinzubeißen. Hörst du schlecht? Sonst beiß ich dir in dein Öhrchen. Beiß dich auch. Ich schwöre. War auf, wenn man die Mikrofonstände anzuknabbern. Der hat ihm nix getan, Katze. Bidget? Gar nichts. Aber du knabberst ihn an, als wäre er Verbrecher Nummer 1. Als hätte er dir dein Essen geklaut. Was natürlich nicht stimmt. Ha-ha. Macht das Discord-Fenster größer. Ich hab's doch schon gesehen. Da passt schon. Wurde versucht, gescamped zu werden eher. Oder so. Nenn es wie du willst, aber du wirst gescamped, mein Freund. Gescamped. Gepa. Und dann Item. Haben wir. Ich mir das natürlich erstmal hier gönnen. Milstein 6. Wow. Ich hasse mein Leben. Warum ist da kein 7er? Wir müssen unseren eigenen Laden aufmachen. Jetzt steigt dir die Wurst aber zu Kopf. Okay, Mr. Golem. Weg mit ihm. Geben sie mir ihre Seelen. Okay, wir sind eigentlich schon bei Fias. Das Champions gleich. Wir müssen nur noch da hochkommen. Wenn wir das schaffen. GG. Easy. Ich bin so gut mit einer Hand. Look at me. Du dir kein Zwang an, Bruder. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Okay, cool. We did it. We did it. We did it. We did it. Jetzt seid ihr dran. We did it. Was ist der andere? Der war da unten. Den ignoriere ich. Ich habe jetzt keine Lust, denen entgegen zu gehen. Wir wollen hier runter. Ah, easy. Gar kein Stress. Überhaupt nicht. Sorry, Dad. Du wirst auch gescampt. Von wem denn? Von dir. Weil du mir ein Discord-Bild geschickt hast. Von deinem Scam. Wurde jetzt automatisch ich gescampt. Oh, dann meinst du jetzt wieder diesen komischen kaputten Gargoyle. So. Wir brauchen mehr Leben. Viel mehr Leben. Leben ist gut. Leben ist key. So. Moin mal zu Fias Champion.